Die Gerüchte häufen sich, dass der King of Pop lebendiger ist, als es die Öffentlichkeit vermutet. Nach Augenzeugenberichten wurde Michael Jackson mehrfach in dieser Straße im Berliner Stadtteil Neukölln gesichtet. Diese beiden jungen Frauen haben sich an Xenon gewandt, mit höchst brisantem Material. Genau hier. Das stimmt, er ist hier mit Fahrrad langgefahren. Ich hab's sogar auf meinem Handy. In der Tat, die Gestalt auf dem Fahrrad hat große Ähnlichkeit mit dem King of Pop. Doch das reichte unserem Kamerateam nicht als Beweis. Wir haben auf eigene Faust recherchiert und dabei Erstaunliches herausgefunden. Nicht immer war es für das investigative Team leicht, diese Aufnahmen zu machen. Doch es ist uns gelungen zu beweisen, der Popstar hat seinen Tod nur inszeniert. Diese Bilder zeigen den ehemaligen Weltstar zurückgezogen in einfachsten bürgerlichen Verhältnissen. Auch neue Freunde hat Michael bereits gefunden. Und hier ist wieder euer JB bei Starlight Hit Radio für M397, die krasseste Track für Berlin. Jetzt aus gegebenem Anlass ein Ohrenschmaus der Extraklasse. Das 3-Stunden-Medley von Michael Jackson. Xenon hat sich auf die Suche gemacht und einen neuen, einen glücklicheren Michael gefunden. Kaum zu glauben, dass dieser in sich ruhende, ausgeglichene Mann der gleiche ist, der noch vor wenigen Monaten labil und geschwächt durch die Medien geisterte. Michael Jackson hat seinen Frieden mit der Welt gemacht. Und er will es sich bewahren, sein neues, zurückgezogenes Leben. Nichts einert mehr an den gefeierten Weltstar von früher. Naja, fast nichts. exp gärts. prophylque sch sch dr ger ger Vielen Dank.